Der Wettbewerbsdruck in der Stahlhandelsbranche ist hoch. Wachstum zur Erzielung von Skaleneffekten, eine Konzentration auf Anarbeitung und Dienstleistungen oder auch die Erhöhung der Effizienz von Lager und Logistik sind mögliche Wege, dem entgegenzuwirken. Die Unternehmenssoftware Inventor ERP unterstützt die Strategie Ihres Unternehmens mit cleveren Lösungen. Mit Inventor ERP sind Sie für die Herausforderungen von heute und morgen gerüstet. Unsere vollintegrierte Branchenlösung unterstützt Sie mit speziell für den Stahlhandel optimierten Geschäftsprozessen. Durch diese Branchenausprägung sichern Sie sich einen hohen Spezialisierungsgrad, der Kosten- und Zeitintensive in die Dualanpassungen auf ein Minimum reduziert. Inventor ERP bietet einen breiten Funktionsumfang und alles aus einer Hand. Lassen Sie sich von den unendlichen Möglichkeiten begeistern. Ausgewählte Highlights unserer Branchenlösung für den Stahlhandel stellen wir Ihnen hier kurz vor. Services wie die Anarbeitung erlauben es dem Stahlhandel, sich vom Wettbewerb zu differenzieren und die Kundenbindung zu stärken. Ob sägen, bohren, klinken, grundieren oder verzinken. Mit dem Produktkonfigurator von Enventa Stahl wird die Kalkulation von Dienstleistungen zum Kinderspiel. Auch verfügt Enventa Stahl über eine erprobte LVS-Schnittstelle. Sie sorgt für eine reibungslose Kommunikation mit den in der Stahlbranche üblichen Kassettenlagern. Treibstoffpreise und LKW-Maut treiben die Kosten in die Höhe. Mit der Tourendisposition von Enventa ERP optimieren Sie die Lieferung von Bestellungen mit Ihrem eigenen Fuhrpark oder dem eines Logistikpartners. Berücksichtigt werden dabei auch individuelle Ladegewichte und Volumina sowie die Verfügbarkeit von technischen Hilfsmitteln für die Entladung. Die Enventa Stückverwaltung hilft durch die präzise Erfassung von Restlängen dabei, Angebot und Nachfrage zusammenzubringen. Durch die Stückverwaltung von Enventa ERP haben wir heute vollständige Transparenz im Lager. Wir haben die Maße aller Restlängen und Reststücke im System und können diese bei passender Gelegenheit auch verkaufen. Und die Schrottausbuchungen gehen zurück. Auch für das Geschäftsfeld Eisenbiegerei bietet Ihnen Enventa ERP eine vollständige und integrierte Lösung. Von der Planerfassung mit einem dynamischen, grafischen Formenstamm bis hin zur Maschinensteuerung per Matrix-Barcode. Neugierig geworden? Erfahren Sie mehr zur Branchenlösung für den Stahlhandel. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017